Hallo und herzlich willkommen bei Jan und Maxi. Ja, heute machen wir die 7 Sekunden Challenge und jetzt haben wir hier so ein Blatt und da schreiben wir dann auf, was für Sachen wir da drauf machen und 7 Sekunden müssen wir dann diese Sachen schaffen. So, jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit, um die Sachen aufzuschreiben. Das ist die zweite Challenge. Wenn ihr die erste sehen wollt, dann ist der Link in der Beschreibung. Deswegen wollten wir sie nochmal machen. So, jeder hat jetzt 3 Zettel vorbereitet. 3, also insgesamt 6. So, jeder hat jetzt 3 Stück, 3 Zettel. Und wenn er die vorliest, dann muss er das, was er da drauf tut, das muss er 3 Sekunden, äh 7 Sekunden lang machen. So, mischen die Karten und ziehen und schleißen. Ohohoho, Mann ey, geht die Karten weg. Und zwar, hat sie 7 Sekunden lang pfeifen. Ich und... Okay, geschafft. So, jetzt bin ich dran. 7 Sekunden ein Kissen gegen deine Visage hämmern. Ohohohoho, ja, das tut mir weh, ne? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, scheiße, hör auf, Mann. Geil. Ja, genau. Wer kommt scheiße zu fressen? 7 Sekunden lang deine Hand in deinem Mund rumwühlen lassen. Also, du musst jetzt deine Hand 7 Sekunden lang in deinem Mund rumwühlen lassen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aber ich geh meine Hand waschen. Also, ich bin jetzt dran, ne? So, gut. 7 Sekunden lang diesen Zettel kauen. Wow. Du zählst, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Halb. Halb. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 4, 5, 7 Sekunden lang? Heavy. Einatmen. Also, Maximus jetzt 7 Sekunden lang einatmen. Und, go. Fertig. Nur noch 1 Zettel übrig. Komm, das ist ja eigentlich nicht schlimm. 7 Sekunden klatschen. Okay, klar. Du zählst. Und es ist ja vorhin schon 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7 Das war jetzt die 7 Sekunden Challenge Bayern Maxi Wir hoffen, sie hat euch gefallen Und... Wenn ja, dann schubst hinter uns und weg